Es wird ein sentimentaler Abend heute Abend. Es wird mit Name-Dropping um sich geschmissen. Zum Beispiel Kalika-Lima kommt heute aus Berlin trotz Streik. Sechs Stunden mit dem Flixbus. Mit Kalle habe ich vor 15 Jahren angefangen zu spielen. Ich sage ja, es wird sentimental. Dann hatten wir ein bisschen Pause und jetzt haben wir uns wiedergefunden mit Achim Don am Schlagzeug. Wir haben vor 20 Jahren angefangen, nein, wir haben natürlich vor 35 Jahren angefangen, während des Studiums, da aber noch nicht so gespielt. Dann haben wir die Platte Kluft gemacht. 2005. Dann haben wir auch ein paar Jahre nicht gespielt und jetzt haben wir uns in dieser Band wieder getroffen. Das ist für mich eine Riesenfreude, weil wir eine CD gemacht haben im letzten Jahr live aufgenommen hier im Mai und im November davor in der Jazz Hall. Also eine komplette Live-Scheibe. Heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte Mangel an Kraft, Erkältungsanflüge und dann habe ich diese Platte angemacht und habe richtig Bock bekommen, trotz so leichter Beeinträchtigung zu spielen. Die Platte klingt hervorragend, weil sie Rainer Damisch aufgenommen hat. Rainer Damisch am Sound. Name-Dropping, sag ich ja. Ja, jetzt lernt ihr die ganze Fat-Jazz-Familie kennen. Das ist ja das andere, ich mache das... Wann habe ich das angefangen hier, Dirk? Die Fat-Jazz-Reihe? 14. Nee, 10. Nach der Fundbüro-Reihe. Nach der Fundbüro. Also 10 habe ich Fat-Jazz angefangen, dann kamen 12. Oliver Nerlich dazu, Oliver Nerlich, da ist er, Oliver Nerlich. Zweiter Vorsitzender, Schatzmeister und der kann alles, der Mann. Ich bin ja... Ja, 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 da hast du völlig recht, das gehört gar nicht auf. Also nach zwei Jahren kam Oliver dazu, nach weiteren zwei Jahren kam Hans-Martin Guttmann dazu, der heute nicht da ist. Aber ansonsten sitzt er immer da. Toller Musiker und unser geistlicher Beistand, er ist nämlich Uni-Theologe und ein wunderbarer Prediger in der Kirche hier, oft in der Kulturkirche am Sonntag. Also den Applaus lassen wir aus, aber jetzt ganz wichtig, das Cover für die CD hat Alex Keausch gemacht. Der steht da, der macht Kasse und alle Fotos immer. Alex Keausch! So, das wollte ich einmal loswerden. Fat-Jazz bedeutet, dass so breitbandmäßig sind wir aufgestellt. Und an allen und an die einen großen Dank und an euch. Ich sehe viele Leute, die immer hier sind. Großen Dank an euch, Andreas, Christine, Stammkunden heute, ihr auch. Und jetzt fangen wir an, ich sabbel jetzt nicht mehr so viel. Ich verspreche es, aber das muss ich einmal sagen. Ding Dong ist das erste Stück. 1, 2, 3, 5! 2, 3, 5! 3, 5! 3, 2, 3, 5! 4, 5! 5, 6! 8, 7! 6, 9! 10! 8! 10! 10! 10! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 . 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.